Wir sind hier in Reddison bei Sony. Bei mir ist... Guillaume de Fondermeer. Ich bin der Executive Producer von Beyond und der Co-CEO von Quantic Dream. Kannst du uns ein bisschen erzählen, was genau ist Beyond Two Souls? Beyond Two Souls ist unser neuestes Spiel nach Heavy Rain. In der Story geht es um Jodie Holmes, eine junge Frau, die wir 15 Jahre lang verfolgen werden. Als Spieler spielt man Jodie Holmes, wenn sie zwischen 8 und 24 Jahre alt ist. Das ist die Besonderheit dieses Spiels. Ich denke nicht, dass man in einem anderen Spiel einen Charakter so lang verfolgt. Und man spielt auch einen Geist, mit dem sie verbunden ist. Und in dem Sinne spielt man verschiedene Charaktere. Man spielt verschiedene Jodies mit verschiedenen Altern. Und auch den Geist Eiden, mit dem sie eine ganz spezielle Verbindung hat. Sie haben bereits angesprochen, einen Macher von Heavy Rain. Was ist der Unterschied zwischen Heavy Rain und Beyond Two Souls? Wo unterscheiden sich die beiden Titel? Die beiden Titel unterscheiden sich erstens einmal technologisch. Weil wir eine ganz neue Engine entwickelt haben. Aber auch grafisch. Wir haben insbesondere eine neue Technologie entwickelt. Und besser gesagt, wir benutzen jetzt eine neue Technologie, um das Spiel der Schauspieler zu capturen. Und in Beyond gibt es auch sehr viel mehr Action. Also direkte Action, die man als Spieler wirklich direkt kontrolliert. Aber ich würde sagen, dass die Besonderheit wirklich die neue Story ist. Also eine ganz neue Geschichte mit neuen Charakteren und mit anderen Themen auch. Heavy Rain war ein darker Thriller. Hier geht es nicht um Morde. Es geht wirklich darum, das Leben von Jodie Holmes selbst zu erleben. Und zu sehen, wie das, was sie macht, wirklich ihren Charakter verändert. Und ihre Weltansicht wirklich durch diese 15 Jahre total anders wird. Bei Heavy Rain war es oft der Fall, dass man eigentlich wie in einem Film war. Man schaut dazu und handelt dann nur wenig. Ist das bei Beyond Two Souls ähnlich? Oder geht es mehr wieder in die Gleichheit? Ja, ich würde nicht sagen, dass man in Heavy Rain wenig handelt. Ich glaube, es war relativ interaktiv. Und wir machen wirklich Spiele. Und das ist sehr wichtig für uns. Andererseits gibt es bei Beyond viel mehr, es ist viel mehr interaktiv. Und ich würde sagen, dadurch, dass man diesen Geist spielt Aiden und wirklich direkte Aktionen machen kann, kontrolliert, es nähert sich wahrscheinlich mehr an gewöhnliche Spiele. Wobei es uns immer noch um die Geschichte geht. Es geht uns immer noch, wie bei Heavy Rain, darum, dass wirklich die Aktionen des Spielers die Geschichte verändert. Und zwar drastisch verändert. Heavy Rain war damals mit einer Demo anspielbar für alle Spieler der Playstation Konsole. Ich glaube, wird das auch so sein bei Beyond Two Souls oder ist das noch nicht klar? Es ist noch nicht klar, aber ich glaube, es ist... Ich habe immer gedacht, dass es wichtig ist, Spielern die Möglichkeit zu geben, ein Spiel auszuprobieren, bevor sie es wirklich ganz und voll erleben werden. Und ich denke, wir werden höchstwahrscheinlich auch da bei Beyond eine Demo haben. Vor allem, weil es wirklich, glaube ich, eine andere Erfahrung sein wird als Heavy Rain. Also es ist wichtig, dem Spieler einen Vorgenuss von dem zu geben, was er erleben wird. Abonnieren Vielen Dank.